Wenn man sich mal die Reaktion einiger Großkopfer der US-Öffentlichkeit auf die Abstufung der Bonität der USA durch die Ratingagentur Fitch anschaut, dann merkt man, oh, das war eine ziemliche Demütigung für die USA, diese Abstufung. Gerade diese permanenten Versuche der Verharmlosung spielt gar keine Rolle, völlig bedeutungslos, ist doch lächerlich. Ändert doch nichts, zeigt, dass es eben doch etwas ändert, dass es doch eine Bedeutung hat, das will ich in diesem Video zeigen. Und entscheidend sind jetzt die Renditen für US-Staatser, nein, die gehen nämlich nach oben, auch, aber nicht nur im Gefolge dieser Abstufung durch Fitch. Und der US-Dollar, der stärker wird, beides belastet die Aktienmärkte, warum, wieso, weshalb in diesem Video. Schauen wir uns zunächst mal das an, was Jamie Dimon gestern gesagt hat, der mächtigste Banker der USA kann man sagen. Der sagte auch, also, nee, spielt keine Rolle, sei lächerlich. Immer wieder wird dieses Wort lächerlich benutzt. Und es ändert nicht wirklich sehr, sehr viel. Und er sagte, denn es sind die Märkte, nicht Rating-Agenturen, die die Borrowing-Cost, also die die Zinsen definieren. Und exakt das ist passiert. Die Märkte definieren die Zinskosten. Und was tun die Märkte? Sie reagieren sehr wohl auch auf die Abstufung der USA durch die Rating-Agentur Fitch, indem eben die Renditen nach oben gehen, also die Kapitalmarktzinsen. Damit faktisch die Geldaufnahme für die USA teurer wird. Also, die Märkte reagieren ja darauf. Das widerlegt unmittelbar das Argument von Jamie Dimon, dass das alles ja gar keine Rolle spiele. Und dann sagt Dimon einen Satz, der unglaublich tief blicken lässt. Es sei doch lächerlich, dass andere Länder, die jetzt ein höheres Rating hätten als die USA, gleichzeitig total abhängig seien von der Stabilität der USA und seinem Militär. Also hier sieht man, hey, wir sind doch der Boss in der Welt und die anderen, die wir schützen, die sozusagen ohne uns richtige Probleme hätten, die haben jetzt ein besseres Rating als wir. Das zeigt so diese Demütigung, die hier der Fall ist. Und wir wollen uns hier mal diesen Mann anschauen, Steve Hankey, der ist ein sehr, sehr bekannter Ökonom, der auch für Regierungen schon gearbeitet haben, der eben das alles auch entlarvt ein bisschen und sagt, naja, alle sagen, es spielt keine Rolle, aber es spielt eben eine Rolle. Wir sehen doch an den Märkten, dass es eine Rolle spielt, indem letztendlich die Renditen, also die Risikoprämien, wenn man so will, für Anleihen nach oben gehen. Das hat auch noch einen sehr, sehr wichtigen anderen Grund, aber hier nochmal zu Fitsch dieser Einstufung. Ich hatte gestern genau gezeigt, aus meiner Sicht widerlegt, dass das lächerlich ist, sondern überfällig war. Die Amerikaner haben viel schlechtere Parameter als alle anderen Länder, die noch ein AAA-Rating haben oder sogar ein AA-Rating haben. Ob Schulden zu BIP, ob Zinsebelastung zu Einnahmen oder welche Kategorien man auch immer hinzunimmt. Da ist die USA viel, viel schlechter als alle anderen, die im vergleichbaren Segment bisher waren. Vielleicht könnte man AAA als Bundesliga, AA, also zweifach A, als der zweite Bundesliga bezeichnen. Und dementsprechend ist der Abstieg der USA in die zweite Bundesliga noch sehr schmeichelhaft, wenn man eigentlich sieht, die gehören. Wenn man jetzt rein die Mathematik, rein die Zahlen mal sehen würde, in die dritte Liga mindestens, denn wir sehen hier, man zahlt eine Billion an Zinsen pro Jahr. Und die Schulden werden auf 200% des BIPs etwa im Jahr 2050 steigen. Und der Grund, warum die Renditen auch umgehen, das ist vor allem diese Flut von neuen Anleihen, die auf den Markt kommt. 1,85 Billionen mehr als die aller, 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 allermeisten Länder überhaupt jährlich an Wirtschaftsleistung haben. Und wir sehen heute Morgen praktisch wieder einen Anstieg der Renditen. Deswegen zunächst mal negative Reaktionen auf der Aktienmärkte heute. 10 Reguläste Staatsanleihe, 4,16, 4%. Das ist der höchste Stand jetzt seit November letzten Jahres. Und es geht ziemlich schnell, das ist sozusagen das große Problem. Insgesamt muss man sagen, dass Anleihen bisher keine gute Absicherung waren für Aktien. Oder dass man sagt, ja okay, wenn wir aus Aktien rausgehen, gehen wir in Anleihen. Das funktioniert jetzt nicht, das ist auch ein Problem. Normalerweise, wenn Aktien schwach sind, wenn Unsicherheit da ist, geht man in Anleihen. Das heißt, die Anleihekurse steigen, die Renditen fallen. Derzeit passiert das Gegenteil. Das heißt, es gibt eigentlich keinen sicheren Hafen, wenn man so will, bis auf den US-Dollar. Deswegen sind die Renditen, sind die Kapitalmarktzinsen und der US-Dollar jetzt das Entscheidende. Und hier sehen wir mal die positive Korrelation zwischen Bonds und Aktienmärkten, also zwischen Anleihen und Aktienmärkten. Das heißt, wenn Anleihenmärkte, wenn die Anleihen abverkauft werden und dann die Renditen steigen, dann ist das auch nicht gut für Aktien, respektive die laufen relativ parallel. Anleihen und Aktienmärkte, wenn Renditen steigen für Anleihen, dann fallen deren Kurse. Wie auch immer, jedenfalls sehen wir, dass vor allem auf die Pläne, die gestern dann nochmal verkündet wurden, konkreten Pläne, wie viele Anleihen jetzt zum Beispiel dieser Woche in welchem Volumen auf den Markt kommen. Und da hat man das Volumen dieser Anleiheemission seitens der USA deutlich erhöht, die die Renditen deutlich nach oben getrieben haben. Wenn viel Angebot da ist, muss Nachfrage her, sonst hast du ein Problem. Und weil die Nachfrage nicht sicher ist, steigen eben die Renditen. Und jetzt Bill Ackman, der bekannte Hedge-Fund-Manager, sagt auch, ich gehe jetzt short, spekuliere also auf weiter steigende Renditen etwa für die 30-jährige US-Staatsanleihe. Denn er sagt, das ist A, ein Hedge für die Aktienmärkte, falls meine Position im Aktienmarkt irgendwie unter Druck kommen. Also sieht er eben auch, dass die Renditen steigen, wenn die Aktienmärkte fallen. Und er sagt wahrscheinlich, dürfte die längerfristige Inflation eher bei 3% als bei 2% sein. Und wenn man das Ganze mal ausrechnet, dann kommt man darauf, dass eigentlich so eine 30-jährige Anleihe-Rendite so um 5,5% liegen müsste. Auch das hat Signalwirkung. Er macht das übrigens über Optionen. Und hier sehen wir mal, wir haben ja dieses Goldilocks-Szenario, narrativ an den Märkten. Die Anleihenmärkte dagegen hatten eine Invertierung der Zinskurve so stark wie seit 1928 nicht mehr. 1929 war ja dann ein ganz bombiges Jahr für die Aktienmärkte, wie wir wissen. Und diese Anleihenmärkte sehen das Gegenteil dessen, was wir im Goldilocks-Narrativ der Aktienmärkte haben. Jetzt aber sehen wir, dass sich die Zinskurven wieder versteilen, also reinvertieren. Die werden wieder jetzt in Richtung Null unterwegs sein. Mithin sehen wir also, dass ein Rezessionssignal vor der Tür steht. Immer dann, wenn sich die Zinskurven entinvertieren, dann ist die Rezession da. Das ist die historische Erfahrung. Interessante Beobachtung jedenfalls dieser Versteilung wieder der Zinskurve. Und irgendwann, wenn die Amerikaner so weitermachen, dann kommt der Punkt, wo die Fed wieder einspringen muss. Und die Anleihen kaufen muss, die sie ja jetzt auf den Markt wirft. Auch das kommt ja zusätzlich noch an Stress dazu. Denn die Bilanz mit der Fed reduziert sich, weil zum Beispiel die Fed eben Anleihen, die sie im Rahmen ihres Quantitative Easings gekauft hat, nicht reinvestiert, sondern die einfach auslaufen lässt, nicht neue kauft. Und jetzt hat der Analyst von S&P, von Standard & Poor's, der 2011 die Abstufung gemacht hat, hat gesagt, also, wenn wir unsere Kriterien ernst nehmen als Ratingagentur, dann ist es schon verwunderlich, warum Fitch erst jetzt abgestuft hat die USA. Und wie gesagt, ich hatte vorhin gezeigt, wenn man die Parameter der USA mal mit anderen AAA-bonetären Ländern oder AA-bonetären Ländern vergleicht, dann sind die USA signifikant schlechter. Dementsprechend ist dieser Schritt überfällig. Auch Moody's müsste eigentlich nach unten stufen. Und insgesamt nochmal auf dieses Goldilocks-Szenario. Daniel DiMartina Booth, die ich sehr gerne verfolge, ehemalige fette Beraterin, die sagt, also diese Selbstgefälligkeit der Märkte erinnert sich an die Dotcom- und Immobilienblase. Die Anleger sind so begeistert von den steigenden Aktienkursen, dass sie das größere, düstere Wirtschaftsbild übersehen. Sie sagt zum Beispiel, wir sehen einen massiven Anstieg der Insolvenzen. Wir haben ja jetzt so viele Insolvenzen wie seit der Finanzkrise. Nicht mehr, schon mehr Insolvenzen in diesem Jahr als in allen Jahren seit der Finanzkrise. Zunehmender Druck im Banken- und Immobiliensektor. Man ist geradezu also besoffen. Viele Kreditgeber sind bis zum Hals in diesen Gewerbeimmobilien investiert. Das wird auch noch ein Riesenthema. Und vor allem die Regierung Biden gibt das Geld so schnell aus, wie man es sich leihen kann. Also diese Exzesse, sozusagen diese Verschuldungsexzesse, die auch durch die Biden-Administration, das muss man sagen, das war unter Trump nicht viel besser. Es ist also in der Praxis nicht so, dass die Republikaner besser sind. Die kritisieren zwar immer die Demokraten aus meiner Sicht zu Recht für ihre extrem ausgabefreudige Politik. Aber wenn sie selber an der Macht sind, dann machen sie es genauso meistens. Und also wir haben hier diese Selbstgefälligkeit und das bei extrem hohen Zinsen und extrem hohen Schulden. Das passt nicht zusammen, wie ich gestern in dem Markerflüster thematisiert hatte. Und hier sehen wir mal diese Euphorie. JP Morgan, neue Hochs sind, fühlen sich unvermeidbar an, so hat man gesagt. Dann Oppenheimer, das Kursziel nach oben gesetzt. Der Dauerbär Mike Wilson ist weniger bärisch geworden. Und man könnte ja argumentieren, auch beim Dow Jones, ist eine umgedrehte Schulterkopf-Schulterformation eigentlich total bullisch. Gut, jetzt mal ein Rücksetzer. Und gestern war der Dow Jones ja der am wenigsten schwache Index in den USA. Ist doch alles gut. Aber gucken wir uns mal an, wenn wir wirklich eine gesunde Wirtschaft haben, wenn wir einen gesunden Bullenmarkt haben, dann war es in der Vergangenheit immer so, dass der Russell 2000 hier grün besser gelaufen ist als der Dow Jones blau. Warum? Weil eben der Russell 2000, das sind Nebenwerte, sind vor allem auf die USA fokussierte Unternehmen, dass wenn es wirklich der Wirtschaft der USA gut geht, dann profitieren die noch mehr als die Dow Jones-Werte, die ja in der Regel international tätig sind. Und hier sehen wir, wie weit nach wie vor diese Russell 2000 dem Dow Jones hinterher hinkt. Da sehen wir also nicht das typische Muster, das wir in einer florierenden Wirtschaft mit dem Bullenmarkt sehen. oder normalerweise sehen. Und hier sehen wir Thorsten Zwock, der sagt, ein Default Cycle has started, also ein Zyklus von vermehrten Pleiten. Und das sehen wir schon zum Beispiel bei kleineren Kreditgebern, also zum Beispiel kleineren Instituten, die Kreditkarten emittieren. Hier sehen wir den höchsten Stand von Ausfallraten, derzeit bei 7,1 Prozent. Ist sogar höher als in der Finanzkrise, höher als in Corona. Das zeigt, dass diejenigen, die also klein sind und deswegen auch vielleicht schlechter bonitäre Kunden annehmen müssen, weil sie es sich nicht leisten können, wie JP Morgan und Konsorten, die abzulehnen, dass da schon die Dinge aus der Kontrolle geraten, aus der Kontrolle auch das, was die Bank of Japan gemacht hat. Da hat man ja gesagt, okay, die Renditen dürfen bis zu 1 Prozent steigen für die 10-jährige japanische Anleihe. Dann tun die Märkte das, die Anleihe-Renditen gehen nach oben und die Bank of Japan hat jetzt durch Anleihekäufe interveniert. Das zeigt so dieses ganze Paradox, auch Japan ja massiv verschuldet. Gleichzeitig eine nicht unerhebliche Inflation der Yen im freien Fall. Aber nochmal zurück in die USA. Hier sehen wir heute um 16 Uhr wichtig, ISM Einkaufsmanager-Index, nachdem der ADP-Arbeitsmarktbericht gestern ja stärker war. Aber dieser Arbeitsmarkt ist ein nachlaufender Indikator. Der Arbeitsmarkt reagiert immer als Letzter. Und viele Unternehmen werden sich sagen, naja, es ist schwierig, gute Arbeitskräfte zu finden, bevor wir da jemanden entlassen. Da warten wir wirklich bis Ultimo, bis wir sehen, hey, es geht wirklich bergab mit der Wirtschaft. Aber interessant eben, ob jetzt auch der Dienstleistungssektor abkühlt, nachdem der Gewerbesektor ja schon lange in der Rezession ist, auch in den USA. Aber Gewerbe macht nur 11 Prozent aus, um und bei, während Dienstleistung eben sehr viel wichtiger ist für die Gesamtwirtschaft. Aber im S&P 500 zum Beispiel sind die Unternehmen mit den größten Profiten in der Regel Gewerbe. However, heute kommt der Tag, dann nachbörslich Apple. Da wird der dritte Umsatzrückgang in Folge erwartet. Gut, dass Apple in der Neue des Allzeithochs ist. Dann Amazon, die zahlen nachbörslich. Wir werden drüber berichten. Apple Buys Away ist jetzt zunächst mal aus dem Aufwärtstrend herausgefallen, den man seit Jahresbeginn hat. Mal sehen, wie das da weitergeht. Der Wix ist ausgebrochen. Ich glaube, 15 oder 16 Prozent gestiegen. Wir sehen hier nochmal die US-Indizes, vor allem Nasdaq, schwach. Also die Indizes, die besonders gut gelaufen waren, sind jetzt besonders schwach. Diese Abstufung wird natürlich auch genommen, um mal ein paar Chips vom Tisch zu nehmen nach den Exzessen. Hier der Wix, wie gesagt, mit diesem starken Anstieg. Normalerweise sieht man dann eine Konsolidierung. Wahrscheinlich zurück zu diesem gebrochenen Abwärtstrendkanal, was bedeuten würde, dass wir vielleicht eine Erholung sehen werden. Insgesamt übergeordnet, wenn wir uns die Aktienmärkte mal anschauen in den USA, dann sehen wir jetzt genau vor zwei Jahren oder das mal mit dem Stichtag 2. August, 2021 vergleichen. Da sehen wir S&P 2,8 Prozent im Plus, Nasdaq 2,9 Prozent im Plus, Dow Jones 1,1, der Russell, IWM hier 9,2 Prozent im Minus. Also diese Schwäche der Nebenwerte. Würden wir das Ganze jetzt inflationsbereinigt mal sehen, dann wären alle Indizes im Minus. Das heißt real, wenn ich da ETFs zum Beispiel habe, habe ich seit zwei Jahren kein Geld verdient, auch wenn alle immer von dem Bullen-Markt sprechen. Wir haben ja jetzt 47 Tage Handelstage beim S&P 500. Kein Verlust von 1 Prozent oder mehr gesehen. Gestern ist diese Serie jetzt gerissen. Wir bilden jetzt langsam positive Divergenzen aus im kurzen Zeitfenster auf 15 Minuten. Basis kurzes Zeitfenster. Das heißt, wir sind ganz kurzfristig gesehen etwas überverkauft. Übergeordnet sind wir natürlich in den übergeordneten Zeitperspektiven natürlich total überkauft. Deswegen kann diese Korrektur auch saftig werden, weil alle auf derselben Seite des Bootes stehen. Und interessant, der Dollar. Ich sagte es bereits, der Dollar ist die Weltreserve-Währung, der sichere Hafen. Deswegen, auch wenn es die Währung der USA ist, die jetzt abgestuft wurde, hier sehen wir, diese neuralgischen Bereiche jetzt, das könnte einen Ausbruch ergeben. Der Dollar-Index jetzt ist gestern gestiegen, über seinen 50er- und 100-Tagesdurchschnitt. Und normalerweise ist Dollar-Stärke nicht so gut für die Aktienmärkte. Aktienmärkte und umgekehrt. Kommen wir nochmal nach China. Gestern hatten wir Zahlen des US-Konzerns, Tech-Konzerns Qualcomm, die Aktien nachbörslich unter Druck. Und hier sagt man in Sachen China, Weakness across China und Emerging Markets. Und sieht da die Dinge sehr, sehr skeptisch, was Chinas Wirtschaft betrifft. Jetzt hat Chinas Regierung die Broker angewiesen. Überlegt euch mal, wie ihr die Aktienkurse wieder nach oben bringen könnt. Und man hat die Bevölkerung aufgefordert, Aktionen zu melden, die die Privatwirtschaft unterminieren würden. Da könnten mir schon mal zwei einfallen. Zum Beispiel zentrale Planung und der gelebte Neomarxismus von Xi Jinping. Aber das dürfen die Leute natürlich nicht sagen. Xi Jinping favorisiert die Staatsunternehmen, die ineffektiv sind. Naja, und so siehst du, was passiert. Die Banken sollen jetzt, werden wahrscheinlich, noch im August wird die Reserve Ratio gekürzt, damit die Banken mehr Kredite vergeben können. Wir haben heute nach dem Kalkschienen-Einkaufsmanager-Index gesehen, ein Ticken besser als erwartet. Seit langer Zeit mal wieder besser als erwartete Daten aus China hier in dem Bereich Dienstleistung. Abschließend, meine Damen, haben wir zwei Empfehlungen. CO2-Bepreisung. Der nächste Krach in der Koalition und das ist schon super. Die Grünen wollen jetzt den Preis für CO2 pro Tonne noch weiter nach oben setzen, was die Firmen noch mehr belasten würde, die Konsumenten noch mehr belasten würde, die Inflation nach oben treiben würde. Es ist herrlich. Die Leute wissen wirklich, wie man Wirtschaft macht. Du verteuerst Energie künstlich, um sie dann zu funktionieren, Bürokratie zu schaffen und alles abzuwirken und dann dich hinzustellen. Naja, es ging ja nicht anders. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren, und zweite Empfehlung noch mal zu dieser Demütigung. Machen Sie sich selbst mal ein Bild. Hier meine Lieblingsökonom Paul Krugman. Aber auch El Errian hat sich kritisch geäußert, was mich wundert. Eigentlich ein kritischer Geist, der sehen müsste, naja, das ist überfällig. Und andere, sehr empfehlenswert, diese Demütigungsaspekte sich mal da zu Gemüte zu führen. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus, Ciao.